Guten Tag, meine Damen und Herren. Benvenuti qui, a Monaco. Hier zu unserer Diskussion Filmmakers Live, Italian Cinema Now. Und ich würde gerne meine Gäste auf der Bühne begrüßen. Venite qui, tutti quanti, e poi vi presento qui, sopra. Ich spreche auf Deutsch und wir übersetzen ins Italienische. Martina Clear wird übersetzen, wofür wir sehr dankbar sind. Meine Damen und Herren, wir reden heute über das italienische Kino und ich will beide Teams erstmal vorstellen. Bitte heißen Sie nochmal für Giulia, der gestern im Sugar Mountain seine erste Premiere hat und morgen eine Wiederholung hat, die Hauptdarstellerin Rosa Palasciano und den Regisseur Ciro De Caro. Willkommen. Benvenuti due team, prima l'attrice Protagonista di Giulia e il Regista Giulia ha avut la sua Premiere ieri al Sugar Mountain e domani ci sarà un'altra Projezione. Und es ist mir eine große Freude, große Freunde des Festivals zu begrüßen, die jetzt schon zum dritten Mal da sind, davor zwei Spielfilme präsentiert haben und nun einen sehr wichtigen, sehr speziellen und sehr mit München verbundenen Dokumentarfilm, ein hauch leben, nämlich C'è und Sofio di Vita soltanto. Heute ist die Premiere um 20 Uhr in Amerika Saal. heißen Sie bitte herzlich mit mir willkommen, Daniele Colucini und Matteo Botrugno. Poi la coppia di Regissi sono amici del Film Festival di Monaco, sono venuti già per la terza volta, questa volta con un film molto particolare che è anche un legame molto particolare con Monaco. Diese Diskussion ist immer dazu da, den aktuellen Stand oder den aktuellen Puls des italienischen Kinos zu untersuchen, zu fühlen. Und diese Filme, der eine hatte seine Uraufführung in Venedig, in der Giornate degli Autori, im Fall von Giulia, und Sofio di Vita soltanto hatte seine Uraufführung in Turin und hat jetzt begonnen international zu reisen. Das sind zwei natürlich wunderbare Beispiele für Independent Kino in Italien und darum soll es heute in starken Masse gehen. Noi qui cerchiamo sempre di fare un punto sulla situazione attuale del cinema italiano. Oggi parleremo di Giulia, appunto, che ha avuto la sua premiera l'anno scorso a Venezia, nelle Giornate degli Autori, e poi c'è Un Sofio di Vita, che ha avuto la sua premiera a Torino. E sono veramente filmi independenti. Wo verortet ihr euch, und ich will diese Frage ganz offen stellen, derzeit im italienischen Kino? Was ist euer Eindruck vom italienischen Kino? Und wie ist es für euch als Filmemacher? Dove vi vedete voi in questo momento nel panorama del cinema italiano? E come vedete il cinema italiano in questo momento? Onestamente la domanda a tutti. È tosta. Questa è dura. Perché? Beh, dove ci vediamo? Non ci vediamo. Io non ci vediamo. Io in realtà penso che, ogni volta penso che, quando facciamo un film, sia l'ultimo, possa essere l'ultimo. Perché non è detto che... Cioè, ha dei meccanismi talmente strani il cinema, che non dipendono solamente dalla riuscita di un bel film. Dalla tua voglia di fare cinema. Dalla tua voglia di fare cinema, ma soprattutto dal pubblico, se c'è ne di più o di meno. Che è sempre un po' un'incognita. Che a volte è molto frustrante. Almeno in Italia, ma non credo solo in Italia. E altre volte anche, in realtà, molto... È una sfida, no? È una sfida che al momento non ci siamo ancora sentiti di... A cui non ci siamo sentiti di rinunciare. Ecco, diciamo così. Er hat sofort gesagt, ja, wo sehen wir uns? Sehr, sehr schwierige Frage. Dann hat er gefragt, warum? Und dann ist der Versuch eine Antwort. Ja, weil wir uns eigentlich gar nicht repräsentiert sehen im momentanen Kino. Und wir fragen uns jedes Mal, wenn wir einen Film machen, ist es vielleicht sogar unser letzter? Weil leider hängt das eben nicht nur von uns als Regisseuren ab, die wir Kino machen wollen. Es hängt witzigerweise auch noch nicht mal nur vom Publikum ab, wie es auf den Film reagiert, sondern da gibt es einfach so viele Mechanismen, die man zum Teil auch gar nicht verstehen möchte, die so eine große Herausforderung darstellen, dass es sehr, sehr schwierig ist für uns. Aber noch möchten wir uns diese Herausforderung weiterhin stellen. Und dann würde ich sagen, Der nächste Mal ist unser territorio più fertile, in dem wir uns mehr liberen, wir machen unsere Propostas und sehen wie es auch. Einmal für den Fass, dass wir uns ein bisschen geöffnet haben, dass wir ein bisschen mehr auf dem Weg sind, aber auch, dass wir uns voran, weil es eine frescheza gibt, weil es eine neue, was man war. Wir sind ja alle unabhängige Filmemacher, ich spreche auch für Chiro, weil wir kennen uns schon seit ganz, ganz vielen Jahren und es war dann manchmal so, dass wir so ganz, 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 ganz bisschen ins System eingetaucht sind, weil irgendwelche Filme von uns einfach ganz gut aufgenommen wurden, aber unsere wahre Freiheit besteht darin, dass wir anbieten, was wir in unserer freien Kreativität anzubieten haben und dann schauen, was passiert. Das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil Independent Filme einerseits immer so ein bisschen wie am Rand des ganzen Establishments erscheinen, aber sie bringen natürlich auch immer so einen frischen Wind in das Ganze und werden deshalb schon auch immer wieder gewollt und gesucht. Ich denke, dass wir in Italien sprechen können, dass wir in Italien sprechen können. Wir können uns auch etwas, was wir haben, in der Tat, wo wir alle innen, sind wir alle anderen Verteidiger. Es ist wirklich ein Motoren, das, an einem Moment, das immer wieder anzuhören, ist, was wir alle anderen, an einem Verkauf, was uns immer wieder anzuhören, für etwas zu machen. Das ist, von einer Seite, eine große Kraft. Aber es ist eine große Kraft, die spürst du oft, weil wir in diesem Film machen, ist oft sehr furchtbar, dass du alles zu tun hat, dass du noch zehn Arbeit machen, für einen Film zu können. Wir können darüber sprechen, von unserer wirklich große Passione zu machen, aber auch von den großen Herausforderungen, die wir treffen. Wenn wir alle hier in der zweiten Film sind, ist es sicherlich, diese Passione ist viel. Wir sind noch nicht stolz. Ich glaube, wir können tatsächlich vor allem darüber sprechen, welche große Motivation, welche große Leidenschaft wir dafür haben, Filme zu machen. Das ist wie so ein innerer Motor. Der ist einfach da und verbunden mit großen Schwierigkeiten und großen Frustrationen, die wir dann während der Vorbereitung eines Films immer wieder fühlen. Aber irgendwie finden wir immer wieder einen Weg, den Film zu machen. Und das ist natürlich, das verleiht uns auch eine unglaubliche Kraft. Aber es ist auch ein sehr, sehr erschöpfender Prozess. Also die Tatsache, dass man irgendwie noch zehn andere Jobs annehmen muss, um einen Film machen zu können, das ist schon sehr, sehr anstrengend. Aber trotz aller Schwierigkeiten, wenn wir jetzt hier alle sitzen, wir haben alle unseren dritten Film gemacht, auch die beiden, dann heißt das, dass wir die Motivation und die Leidenschaft immer noch am Laufen haben. Das ist ein bisschen anders. Das ist ein bisschen anders, aber auch die Attischenzeit, das ist ein bisschen anders. aber auch die Attischenzeit, weil auch die Attischenzeit auch die Attischenzeit müssen immer wieder ein spazio und eine fiducia. Ich, in diesem Fall, auch eine sceneggische, zusammen mit Ciro, und glaube, dass unser Gespräch auch auch die Frustrationen und ein bisschen der Frustrationen und ein bisschen das Gefühl haben, den sie gut zu haben, und, vor allem, also zu erzählen, das alles wie wir lieben sind. Das ist auch ein bisschen zu erzählen, das lieben, das zu erzählen, was wir mit dem Thema zu erzählen. Und das Thema, das wir über die Wissen haben, die zu erzählen, die Dinge zu erzählen, wir haben eine Geschichte sehr, 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 und die Erinnerungen zu erzählen. Das alles, was später kommt, ist eine Überraschung, weil die Motor ist die Forschung, die will, zu machen, zu erzählen, zu erzählen und zu sein, zu ehrlich sein. Mein Blick ist natürlich ein bisschen anders als Schauspielerin, aber für Schauspieler ist es auch so, dass wir immer das Vertrauen gewinnen müssen und einen Raum finden müssen, in dem wir uns darstellen können. Ich bin auch Drehbuchautorin, auch von dem Film, und ich kann auch nur den Frust bestätigen, den Sie beschrieben haben, dass wir einfach keinen Platz für uns und für unsere Geschichten finden und dass wir unsere Themen nicht repräsentiert sehen und wir wollen die aber zeigen. Und deshalb haben wir eine sehr, sehr freie Geschichte geschrieben über Gefühle. Und das war unser Ausgangspunkt. Wir wollten einfach diesen Film machen, wir wollten diese Geschichte erzählen und alles, was danach kam, ist jetzt eigentlich für uns so ein Work in Progress, so eine Überraschung. Wir lassen das jetzt selbst auch noch auf uns wirken. Okay. Allora, mentre mi facevi la domanda, pensavo a dove vedevo il cinema italiano indipendente proprio con un'immagine. Mi sono venute in mente due immagini e due regissi, che ti dico però alla fine di questa cosa. Perché prima di tutto vorrei dire che chiacchieravamo anche prima e spesso sento sempre più dire questa frase, no? Da molte persone, purtroppo, che anche lavorano nel cinema, che è bello questo film perché non assomiglia a un film italiano, che è bello perché sembra un film americano. E quando sento questa cosa io mi sento male perché in realtà vedo che sta prendendo piede un cinema che strizza l'occhio o che strizza l'occhio che vuole imitare una certa cinematografia americana o che si strizza l'occhio a Netflix, strizza l'occhio alle piattaforme e vedo che per esempio anche molte scuole hanno il patrocinio di Netflix, no? E quindi dei tutor che insegnano a scrivere in una certa maniera, dimenticandosi però che il cinema italiano ha uno sguardo tutto suo, ha un'identità e sono un po' preoccupato perché è sempre più difficile fare film indipendenti. Tanto se vuol dire, continui. Come? 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 Bei Regisseure, die sage ich dir aber erst am Ende. Das Erste, was mir eingefallen ist, dass ganz, ganz viele Leute, wenn sie den Film gesehen haben, zu uns sagen, ach Mensch, wie schön, das ist gar nicht wie ein italienischer Film eigentlich. Und ich finde das ganz schrecklich, dass die Leute das sagen und dass viele vergleichen ihn auch eher so mit einer amerikanischen Art und Weise, Filme zu machen. Und ich finde es schrecklich, dass man heutzutage, dass es so schwierig ist, einen Independent-Film in Italien zu machen, dass man immer mehr so abrutscht in so ein Netflix-Genre und eine amerikanische Art und Weise, Filme zu machen. Übrigens sind ganz viele Hochschulen in Italien sogar irgendwie von Netflix gesponsert und da sind irgendwie Dozenten, die Drehbuchlehren, die eben diese Art des Drehbuchschreibens vermitteln. Und ich bin da sehr, sehr skeptisch und ich finde die Leute vergessen, dass ein italienischer Independent-Film viel zu sagen haben kann. Und ich bin da so ein Film mit mehr Geld und wie wir sagen können, mit den Regeln, nicht immer wieder, aber nicht immer wieder, sondern immer wieder, der Film mit dem Italiener, ich denke, auch an ihnen zu machen, die Leute ein paar Rebelli, die Leute, die sagen, die Leute, die sagen, dass eine Sache etwas gemacht hat, in eine Art und Weise, die Leute, die haben wir gut gemacht, zu machen, wie wir wollen. Und ich habe zwei Autoren, einen italienisch und französisch, Uno pensavo al finale dei 400 Colpi, con il bambino che corre sulla spiaggia. Ecco, quello è il cinema che piace a me. Un bambino che non riesce a stare alle regole e che se ne scappa. Oppure pensavo a uno dei miei registi italiani preferiti, che è Nanni Moretti, che dice ma mi si nota di più se resto a casa e non ci vado, oppure se vado e resto in disparte in un angolo, vicino a una finestra. Diciamo, proprio restare a casa e non andare, no, bisogna andarci alla festa del cinema. Però ecco, restare in disparte e fare quelli un po' sfigati per farsi notare, quelli che non si vogliono mischiare, quello è una bella immagine, secondo me, del cinema indipendente o d'autore italiano. Ja, e io penso che è importante, che ci siamo ancora in base a dare, che non ci stiamo a dire regole, che ci si racconta, che ci siamo a scrivere e che ci siamo a capire il successo economico, che è molto molto contro la tradizione italiana, della tradizione del filmemachio, che ci sono in base a dare, che ci siamo ancora in base a fare, ci siamo ancora in base a un po' sfigurato, ci siamo anche in base a un po' sfigurato, che ci siamo ancora in base a fare, come noi vogliono le cose in base a fare. Mir sono vorhin due bildi, una volta di Truffaut, 400 schläge, come si è un po' sfigurato? Und da ist das letzte Bild am Strand, als die Kinder weglaufen und dann ist mir noch ein Bild eingefallen von Nani Moretti aus einem Film. Da telefoniert ein junger Mann und fragt seine Freunde, sagt mal, ist es besser, wenn ich auf die Party komme oder meinst du, es wird mehr über mich gesprochen, wenn ich nicht komme, also wenn ich durch Abwesenheit glänze. Und das ist so ein bisschen auch ein Slogan geworden in Italien. Da sagt er, das repräsentiert so ein bisschen dieses Sich-Einerseits-Verstecken, aber man will doch unbedingt, dass über einen gesprochen wird. Ich wollte nur einen Kommentar erst mal abgeben, dass ich das sehr gut als künstlerischer Leiter hier in Deutschland, in München kenne, dass Leute sagen, für einen deutschen Film ist das so und so. Es wundert mich nur, dass das im italienischen Kino mit dieser Welttradition, klar haben wir die hier auch, aber sozusagen mit diesem Selbstverständnis als Weltkino, stärker geworden ist. Beide eure Filme sind ein Ausdruck dafür, dass das independent Kino lebt. Jetzt mache ich mal hier eine Zäsur und da mache ich wieder eine Frage. Übrigens können Sie natürlich auch jederzeit Ihre Fragen stellen. Sollten Sie Giulia bereits gesehen haben gestern Abend oder allgemeine oder sehr spezieische Fragen? Ich wollte nur sagen, wie Direttore Artistiker von diesem Festival hier in Monaco, auch noch immer sagen, dass wir diese Frage sehr oft, dass es nicht ein Film ist ein Film tedeskisch ist. Jetzt ist es mir auch in Italien, dass es so viel passiert. Und ihr seid der Beispiel, dass der Film Italiener Indipendent viv. Ihr Modus des Zusammenarbeitens. Ihr habt gesagt, das ist aus einer Frustration geboren oder dass man seinen Ort nicht hat. Ist es für dich denn so ein ungewöhnlicher Aufbruch erstmal als Ausgangspunkt, ein ungewöhnlicher Aufbruch zum ersten Mal als Schauspielerin am Drehbuch gearbeitet zu haben, denn diese Figur, Julia ist eine unglaublich freiheitsliebende Figur, die sich nichts sagen lässt, die auch natürlich durch ihre spezifische psychische Disposition sehr besonders ist, aber die ein Ausdruck von Freiheit ist. War das zum ersten Mal so, dass du an einem Drehbuch gearbeitet hast und die Figur so stark geprägt hast? Rosa, per te, tu dicevi prima che questa collaborazione è anche un po' frutto di una frustrazione che sentite tutti voi. La domanda è che tu hai collaborato anche come sceneggiatrice a questo film, sei la prima volta per te come attrice di collaborare così densamente anche alla sceneggiatura. E come è stato di creare questo personaggio così forte, così ribelle, così particolare anche sotto certi aspetti mentali, vogliamo dire psicologici e questa libertà che avete messo in scena. Come è stata per te questa collaborazione? Grazie intanto, è stato molto interessante, è una sfida molto profonda per me, non è la prima volta che scrivevo scrivere la mia prima passione da bambina e quindi avevo scritto delle drammaturgie teatrali collettive con la mia compagnia e drammaturgie anche di teatro fisico, quindi vengo dal teatro e dalla scrittura teatrale. Poi assieme a Ciro ci siamo incontrati ormai da cinque anni forse di più e abbiamo scritto dei cortometraggi, abbiamo provato a scrivere un film un po' più strutturato prima di questo, abbiamo proprio, ci siamo un po' trovati nella condivisione di idee e scrivere questo personaggio è stato sicuramente un po' uno sfogo come dicevo prima per tutti e due e anche una prova di libertà estrema perché il personaggio è un personaggio molto libero, coraggioso, oscuro, selvaggio e quindi io all'inizio avevo anche un po' timore di scrivere e interpretare perché avevo paura di restare in una sfera un po' mentale, un po' intellettuale di scrittrice e poi avevo paura di non entrare col respiro, col corpo perché Giulia è istinto, è sentimento, è passione, quindi poi Ciro mi diceva puoi farlo, non ti preoccupare, puoi farlo e quindi come regista è stato molto generoso e bravo a dare spazio a me, a tutti gli attori con molta calma, con molto amore e questa cosa mi ha permesso di lasciare da parte poi l'aspetto più mentale di scrittura e di respirare, di fare anche delle proposte e di sentirmi proprio in continua ricerca, quindi un processo molto bello, scusa sono stata lunghissima Ja, für mich war es natürlich sehr, sehr interessant, es war auch eine große Herausforderung Ich habe schon sehr, sehr viel dramaturgisch geschrieben, tatsächlich ist nämlich eigentlich das Schreiben meine erste Liebe, meine erste Leidenschaft gewesen, ich habe schon als Kind geschrieben und ich habe auch eine Theaterkompanie und ich komme tatsächlich eher so ein bisschen vom Theater und zwar in einem sehr körperlich aktiven Theater Ciro kennen wir schon, wir kennen uns schon seit fünf Jahren und wir haben ein paar Kurzfilme zusammen geschrieben und vor diesem Film tatsächlich noch einen anderen, der so ein bisschen strukturierter gewesen ist aber bei diesem Film, da haben wir uns wirklich alle Freiheiten genommen, die irgendwie möglich waren und wir haben diesen, in diesem Charakter haben wir uns total ausgelebt wir haben ihn wirklich so freigestaltet, wie wir endlich sein wollten wir haben ihn mutig gemacht, wir haben ihn wild gemacht sie ist ja auch so ein bisschen dark, also auch ein bisschen dunkel angehaucht und vor allem aufgrund meines Backgrounds hatte ich dann natürlich anfangs schon so ein bisschen Angst dass ich nicht aus dem Kopf rauskomme, wenn ich sie spiele, weil ich hatte sie auch mitgeschrieben und mir ist aber eben dieser körperliche Aspekt von meinem Theater her schon sehr, sehr wichtig gewesen aber auch für diese Figur ist es besonders wichtig, weil die einfach so instinktiv ist also die reagiert einfach und da hatte ich so ein bisschen Angst aber Ciro war wunderbar, er hat uns als Regisseur, mich und auch die anderen Schauspieler immer wieder ermutigt, er hat uns mit ganz ganz viel Ruhe und Liebe den Freiraum gegeben, den wir gebraucht haben hat uns zugesprochen und ja, da konnte ich es dann irgendwie, dass ich aus dem Kopf raus bin und wieder in den Körper rein bin und habe mich dann auch getraut, dass ich Vorschläge mache Wow, das war gut Ciro, ich mache die Fragen dafür kurz Wie gibt man diese Freiheit? Denn dieser Film ist tatsächlich ein Film über eine unglaublich freie Figur also die Welt creiert, die ihre Welt will und jetzt haben wir das gehört sozusagen, dass das empfunden wurde aber was war das wichtigste für die Regiearbeit um diese Freiheit herzustellen? ¿Cómo ci sei riuscito a creare o a lasciarli creare questa libertà che infatti nel film si vede ovunque? perché, diciamo, il mio modo di vedere il cinema o comunque il mio sguardo, la mia idea di cinema è quella di ricercare con un certo rigore, leggerezza e verità Und das passiert nicht nur im Moment, wenn man sich dreht, sondern wenn man schreibt, wenn man schreibt. Ich sagte auch ieri an der Projekte, dass ich, zum Beispiel, ich wollte Musik im Film, weil ich wirklich ein sens von Wahrheit und totaler Realismus wollte. Non ho voluto il trucco e non ho voluto la segretaria d'edizione che è la persona che sta attenta alla continuità del film perché volevo che in ogni ciacca avessimo la possibilità di ricercare un momento vero qualcosa che accadesse veramente in quel momento e che non fosse solo scritto quindi anche se l'improvvisazione è stata poca nel film La libertà di agire Veramente è stata tanta Non volevo che l'operatore sapesse cosa accadesse Tante volte A volte era sorpreso da quello che accadeva Diciamo che gli attori sono stati bravissimi Rosa, ovviamente che regge il film sulle sue spalle Lo posso dire tranquillamente Chi lo vede, chi lo ha visto Insomma è così Insomma ha percorso veramente quella linea sottile Che va tra la libertà e la scrittura In maniera bellissima secondo me E non so, spero, grazie Perché se mi hai fatto questa domanda Vuol dire che questa libertà e questa verità si vede Insomma è quello che cerco Piano piano con ogni film sto capendo sempre di più Quello che è il mio cinema Quello che mi piace raccontare Insomma sì Cerco di farlo in maniera sempre più profonda Ich bedanke mich für die Frage, weil sie zum Ausdruck bringt Ich wollte keine Maske, ich wollte keine Skript-Supervisorin, weil ich wollte, dass in jedem Take die Möglichkeit besteht, dass etwas echtes, etwas Reelles passiert. Manchmal wusste noch nicht mal der Kameramann, was jetzt als nächstes passiert und musste sich dann da einfach anpassen. Insgesamt ist, wir haben relativ wenig improvisiert, dass es war schon so alles geschrieben, aber eben nicht Wort für Wort. Ich muss mich bei meinen Schauspielern bedanken, ich muss mich bei meinen Schauspielern bedanken, die das einfach ganz, ganz wunderbar gemacht haben. Und das ist natürlich Rosa, die den Film trägt, die einfach dieses feine Gleichgewicht zwischen Freiheit und geschriebener Geschichte so wunderbar ausgedrückt hat. Und ich glaube, ich begreife das selbst immer mehr, was für mich, mit jedem Film begreife ich es mehr, dass für mich diese Freiheit und Ehrlichkeit in der Ausdrucksweise, im Film, in der Geschichte, in der Darstellung, das Wichtigste ist. Ich komme sofort zu euch, aber eine Nachfrage habe ich noch, weil ich so spannend finde, dass nicht improvisiert wird und man hat zugleich aber das Gefühl, dass man wirklich in dieses Leben eintaucht. Und an den heißesten Tagen, an den heißesten Tagen in der Stadt, insofern will ich doch nochmal wissen, was für einen Einfluss das Wetter sozusagen und die Drehzeit und die Drehzeitpunkte auf euch hatten. Vielleicht eine ein bisschen spezielle, aber ich glaube, das ist nicht ganz unwichtig. Ja. 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 im Moment, der Film heim ist, in dem Moment, der Film heim ist. Ich wollte die Licht in der Roma. Ich wollte die Roma sehen, der Roma in der hier ist, der ich das gut bin, die ist triste, spannend und accönt. Ich habe immer dich für Roma in der Schule, wenn sich alle Leute wiedersehen. Und sagen wir, dass wir diese Idee haben, dass wir die Frage in der ersten Frage stellen, dass der Film in Italien ist, dass, in der einen Seite, man versucht, die Ersasperation der Progettualität, von der Schriftung, dem Cast, mit einer Somme von vielen Elementen, ich spreche, aber ich denke, Das ist wichtig, dass ich es mir gut aufschreiben muss. Ja, wir haben tatsächlich nur drei Wochen gedreht, weil wir einfach so wenig Geld hatten. Aber letztendlich hat uns das mehr Freiheiten ermöglicht, als wenn der Drehplan irgendwie großzügiger ausgefallen wäre. Ich wollte unbedingt, dass wir drehen in dem Moment, in dem der Film auch spielt. Denn Rom ist im Hochsommer wirklich einfach ganz, ganz speziell, hat ein ganz spezielles Licht. Und es ist einerseits traurig, andererseits auch total romantisch. Und es ist ein ganz, ganz spezielles Gefühl, weil die Stadt ja ziemlich leer ist, aber sie ist trotzdem nie verlassen. Und man fühlt sich dadurch auch dort nie verlassen. Und ich glaube, dass insgesamt für einen Film ja ganz, ganz viele Elemente ausschlaggebend sind. Das Casting, dann das Drehbuch, dann die Produktionsbedingungen. Und ich glaube, dass tatsächlich es wichtiger, dass es nicht so wichtig ist, wie diese Elemente in der Summe funktionieren für das Filmprojekt. Sondern wichtiger ist, wie diese Elemente miteinander tanzen. Und er sagte dann sehr, sehr süß, ich würde mir wünschen, dass dieser Satz von mir war. Ist er leider nicht, sondern er ist von Alfonso Cuarón. Aber er ist natürlich für so einen Independent-Film unglaublich ausschlaggebend und unglaublich aussagekräftig. Denn das Zusammenspiel ist letztens viel, viel größer wie die Überstruktur des Ganzen. Daniele, Matteo, Finalmente. Es ist ja nicht leicht, sozusagen über so zwei so unterschiedliche Filme zu reden. Normalerweise habt ihr Spielfilme gemacht, jetzt seid ihr mit einem Dokumentarfilm da. Das ist das erste Wichtige, was man nochmal sagen muss. Und ein Dokumentarfilm, der sehr stark mit dem Hier und Jetzt, nee, mit dem Hier und Damals in München verbunden ist und es mit dem Hier und Jetzt verbindet. Es geht um Lucy, die älteste transsexuelle Frau Italiens, die eine Überlebende des Konzentrationslagers in Dachau ist. Und wir haben früh über diesen Film geredet, sogar als ihr ihn geplant habt, haben wir mal darüber geredet. Und meine Frage ist, wie habt ihr Lucy kennengelernt? Was hat das Interesse geweckt? Also es war nach Ed in Terra Pax und Il Contagio sozusagen nicht der Film, den ich natürlicherweise von euch erwartet hätte. Insofern ist besonders spannend, was euch auf die Idee brachte. Es sind ... Presentiamo oggi due film veramente molto diversi e c'è da dire ancora una volta che per voi anche questo film è il primo documentario che presentate qua, è un documentario molto particolare Ich glaube, es gibt auch eine Verbindung mit dem Allora und dem Monaco, weil sie von Lucy spricht, die größte Trans-Sessuale in Italien, die in der Stadt der Kampen des Dachau war. Ich erinnere mich, dass wir auch noch kurz vor dem Film haben, Ich habe nicht mehr so einen Film, wie ihr zwei Film von Fizienien erwartet. Die Frage ist, wie ihr von Lucy habt? Wie hat sich die Erlösung entwickelt? Wir haben wir überwirkung, komplett überwirkung. perché una sera stavo scrollando la pagina di Facebook in come facciamo spesso senza cercare nulla sostanzialmente e quando meno cerchi a un certo punto arriva un qualcosa di inaspettato ho visto questa intervista di circa dieci anni fa di Lusi, l'ho mandata subito a Matteo e abbiamo avuto un'illuminazione perché abbiamo detto sicuramente sarà stata raccontata da chiunque questa storia perché è talmente incredibile che sarà stata raccontata già centinaia di volte e invece abbiamo trovato poco e niente e quindi abbiamo deciso dobbiamo sbrigarci, dobbiamo farlo adesso è quella l'urgenza di cui parlavo anche prima, a un certo punto arriva un momento in cui sei perso in mille progetti, stai scrivendo un film pensi a una serie, ne stai scrivendo cinque, poi parli con quello aspetti che succeda qualcosa e a un certo punto qualcosa che accada e a un certo punto qualcosa devi farla tu e quindi la nostra azione è stata prendiamo le camere e andiamo a Bologna salviamo questa storia sofort Matteo geschickt e abbiamo detto sofort was machen. A, weil Lucy einfach schon sehr, sehr alt ist und B, natürlich weil wir uns dieses Projekt auch nicht klauen lassen wollten und dann haben wir gesagt, okay, dann jetzt ab nach Bologna, da Leipzig, videocamera auf dem Rücken gepackt und auf nach Bologna, dann hat Matteo gesagt, ja, wir mussten einfach diese, diese Story retten und sind sofort aktiv geworden. Und so ist es, diese ist ein bisschen die Genesi des Dokumentarie. Poi, der Dokumentarie ist nato vom Rapporten, das wir konstruiert haben mit Lusi, weil es ein Foto funktioniert in manierer komplett anders ist, aber für uns ist es immer ein bisschen, das unser Modo di Lavorare ist, das wir immer in der Lage sind, dass der Film sich mit einem Gruppe von Menschen, dass wir ein guter Momenten haben, das wir schon haben, weil wir da immer in zwei sind, weil wir da immer in der Lage sind. Und so, für uns, ist es einfach parte integrante der Film-Cinema. Und es ist auch mit Lusi, das letzte Mal, weil lei era un po la nostra quotidianità e quindi la nostra quotidianità diventava il nostro cinema e questa è stata un'esperienza completamente nuova per noi e è stata un'esperienza di grande libertà e quindi questa parola torna anche dal loro film la libertà di non avere vincoli di nessun tipo se non dei vincoli di tempo perché magari avevamo pochi soldi e potevamo stare solo pochi giorni però tornare a quella libertà completa di dire sono io che sto manovrando, siamo noi che stiamo manovrando le macchine da presa siamo noi che stiamo costruendo qualcosa con l'Usi siamo noi che ci svegliamo la mattina e non sappiamo cosa stiamo andando a girare, perché dipende da una serie di fattori che non dipendono più da noi e quindi lì allora ti butti e ti diverti tanto Das ist so viel zur Entstehungsgeschichte von dem ganzen Film beziehungsweise mit unserem Treffen mit Lucy, weil tatsächlich dann wie der Film jetzt aussieht in seiner Form das baut eigentlich auf die Beziehung auf, die wir mit Lucy entwickelt haben denn wir sind da nach Bologna gefahren, wir haben sie da einfach jeden Tag besucht und haben einfach irgendwie das gefilmt, wie wir uns mit ihr unterhalten und wen sie trifft und wer zu ihr kommt und dieses für uns ist es ganz ganz wichtig, dass wir das eben auf einen auf dass Filme immer ein Gruppenprojekt sind, dass es immer eine gemeinschaftliche Erfahrung ist wir sind ja schon seit immer arbeiten wir zu zweit das heißt wir sind ja schon ein Team und eben dieses Gruppenprojekt hat sich für uns dann durch Lucy ausgeweitet auf sie und auf ihren ganzen Kreis das ist für uns ist diese gemeinschaftliche dieses gemeinschaftliche Erlebnis ganz ganz wichtig und hat uns in diesem Fall tatsächlich auch was weil wir schon viel über Freiheit gesprochen haben eine unglaubliche Freiheit geschenkt weil eigentlich hat sie durch ihr Leben und durch unser Treffen diesen Film diktiert wir haben zwar technisch irgendwie das ganze geleitet aber ansonsten wir wussten ja nicht was passiert wir sind irgendwie in der früh aufgestanden haben die Kamera genommen sind zu ihr nach Hause und wir wussten ja nicht was wir aufnehmen werden und das hat uns diese Freiheit geschenkt dass wir wirklich sagen ja das wird jetzt echt cool und für uns war es dann auch dadurch viel viel lebendiger und viel interessanter Datausch Ja und ich wollte erwähnen Oh, ja, che trovo anche appunto sentendo le loro parole Io credo che il Tipo di Cinema che noi facciamo Che non so cos'è Non so che tipo di cinema è Però è quello che facciamo noi Sia un qualcosa di veramente importante Perché Pur rimanendo sempre magari un po' più piccolo Del mainstream Ma dà la possibilità di fare quelle cose Che diceva di cui parlava Ciro Di poter nicht eine segretaria für edizienste eine sehr gute Ich glaube, ich will einen nicht, weil ich es nicht fangen zu tun aber ich habe ein Fonico im - im -sang dem -sang dem -sang dem -sang dem Ich glaube, ich sage, keine Frau, aber ich keine -sang dem -sang dem -sang dem -sang dem zu investieren ein bisschen in diese Fantasie und in diese Sperimentation, das ist, glaube ich, das Ziel ist, glaube ich, das Thema, das Arte in general ist. Denn wenn wir ein bisschen in den Diensten, die jetzt sind, dann wird es nicht mehr Zeit für etwas Neues. Das ist, glaube ich, für uns der Sperimentation. Und die Sperimentation, purtroppo, wird es nicht sehr unterstützt. Also, das ist, glaube ich, immer ein bisschen zu rinforzieren. Das ist wirklich unsere Necessität, zu experimentieren und zu machen, auch diverse aus dem Koron. Ich möchte nur noch eines hinzufügen, auch angeschlossen an das, was vorher schon gesagt wurde, ist, dass die Art, wie wir Filme machen, und ehrlich gesagt, ich wüsste gar nicht, wie ich es nennen sollte. Aber ich glaube, was uns eint, dass wir uns eben diese Freiheit auch nehmen wollen und dass wir die auch beibehalten wollen, dass wir einfach sagen können, also, ich will keinen Script-Supervisor, will ich einfach nicht. Dass wir uns das erlauben dürfen. Und dann hat Matteo gesagt, naja, aber ein Tonmann wäre jetzt in unserem Fall vielleicht schon ganz schön gewesen. Aber generell sind sie sich da eben sehr, sehr einig, dass sie darauf auch bestehen wollen. Und da sagte Daniele, das Einzige, was er tatsächlich sehr, sehr schade findet, ist, dass komplett der Mut fehlt, dass man in dieser experimentellen Filme und vielleicht sogar auch Kunst im Allgemeinen, dass man da auch ein bisschen Geld investiert. Denn so sind sie immer wieder gezwungen, dass sie wirklich mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Und das wäre sehr, sehr wünschenswert, dass man sich auch mal traut in dieses Neue, in dieses experimentelle Schaffen auch mal ein bisschen was investiert, um sie zu unterstützen und ihnen bei ihrer Arbeit da zu helfen. Ihr habt Gleichgesinnte hier in Deutschland gefunden, ihr hattet Produktionelle Partner. Da finde ich natürlich spannend, darüber mehr zu erfahren, wie das zustande gekommen ist und warum ihr das gemacht habt. Aber wir haben dort auch einen Coproduktoren hier. Und das war dann auch der einzige Moment, an dem wir tatsächlich mal ein Tonmann haben, und den wir, im Übrigen, hoffen heute Abend zu sehen und uns nochmal bei ihnen bedanken zu können. Ja, wir haben iniziato da soli. Und wir haben uns nicht einfach in Italien gefiliert, weil wir für eine Reihe von Motivationen, in unserer Meinung nach, incomprensible, aber es ist klar, dass, wenn man immer ein Tuo-Projekt nicht akzeptiert wird, dann sagen wir, dass die Stronze sind die anderen, und nicht dir. Wir haben immer immer den anderen. Aber dann haben wir gesagt, dass wir das gleiche machen. Und dann geht es weiter. Und dann haben wir einen Coproduktoren italien. Und dann haben wir einen anderen Coproduktoren, der ersten beiden Filmmen, Simone Isola, die uns unterstützt haben. Und dann haben wir eine Coproduktoren. Und dann haben wir eine Coproduktoren. Und dann haben wir eine Coproduktoren. und dann hat es auch noch die Verkaufnahmen passiert. Das ist auch die Verkaufnahmen passiert. Das ist ein bisschen weiterverfaltig. Das ist auch die Verkaufnahmen, die wir heute haben. Und dann haben wir die Verkaufnahmen gemacht. Und dann haben wir die Verkaufnahmen passiert. Sì, ich te l'ho volto e lo dicevo prima che era bello, me dovevi credere, eppure non è successo. E questo è un primo problema che spesso non ti si filano, tu riesci a fare comunque un film perché un documentario come il nostro è costato poco e potevamo farcela, diciamo, da soli investendo in primis sulla nostra, sulla forza lavoro, proprio nostra personale, perché ci siamo messi noi proprio con le camere. Un altro problema, che forse Ciro potrà confermare, è che un film non può costare troppo poco, perché se costa troppo poco, anche il giusto, se un film è invece di un milione, si può fare con 300 mila. Il problema è che la società di produzione, che deve fare il film con 300 mila, come li paga i suoi dipendenti tutto il resto dell'anno? Nel senso, il film si deve fare con tanti soldi, i soldi sono quelli e molte persone rimangono fuori, semplice. E non conviene a una grossa società investire un anno di lavoro per un film di 300 mila euro. Questo è uno dei problemi, che per me va detto. Non ciò, non ciò, non ciò. Also wir haben alleine angefangen, zum Teil auch, weil wir irgendwie hatten wir gar keinen Bock mehr, irgendwelche Leute nachzufragen, weil die hatten uns immer irgendwie geantwortet, dass sie sich nicht für unsere Projekte interessieren und dann haben wir einfach gesagt, die sind alle doof und deshalb fragen wir erst gar nicht. Also haben wir alleine angefangen und dann tatsächlich kam im Laufe der Zeit ein italienischer Co-Produzent, mit dem wir schon zusammengearbeitet haben, dazu. Dann kam eine deutsche Co-Produzentin dazu, die dann den Saal betreten hat. Jetzt ist der Film sogar an die Reihe und an Sky verkauft worden und wenn die alle schon vorher da gewesen wären, dann hätten wir den Film vielleicht etwas größer aufsetzen können. Aber wie es eben oft vorkommt oder passiert, dass dann eben, wenn sie das Produkt am Ende sehen und der gut ist, dann kaufen sie es und dann ist es aber eigentlich hübsch geworden, euer Film, dann kaufen wir einen, aber so ist es halt. Wir konnten natürlich auch ganz alleine anfangen, weil es ein Dokumentarfilm ist. Ein Dokumentarfilm kostet natürlich einfach nicht so viel. Das heißt, wir hatten überhaupt erst die Möglichkeit, dass wir alleine loslegen und dann verkaufen konnten oder Co-Produzieren konnten. Und dann wollte ich noch auf etwas hinweisen, was aus meiner Sicht ein ganz, ganz großes Problem ist. Und zwar Filme, ein Dokumentarfilm kann günstig sein, damit kann man dann auch irgendwie alleine starten. Bei einem Spielfilm muss man absurderweise auch aufpassen, dass er nicht zu günstig ist. Weil wenn das, also so ein normales Spielfilmbudget, vielleicht das eine Million Euro, den könnte man auch für 300.000 Euro machen. Aber für 300.000 Euro kriegen sie das Projekt auch nicht an eine große Produktionsfirma verkauft, weil die müssen ein Millionenbudget haben, damit sie ihre Mitarbeiter für ein Jahr bezahlen können, weil die natürlich eine ganze Maschinerie am Laufen haben müssen. Von dem ist es unglaublich schwierig, mit ehrlichem Budget, Filme zu produzieren. Und diese, ja, es sind ja keine fiktiven Mehrkosten, aber eben dieser Unterschied, das sind natürlich immer Gelder, die dann über Filmförderungen eingefahren werden und abgebucht werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass ein Film mehr kostet, als die tatsächliche Produktion kosten würde, dass man eben die Filmförderungen beantragen kann und die dann auch bekommt. Die Frage zielte aber auch ein bisschen natürlich darauf ab, eine deutsche Koproduktion, weil der Film natürlich auch mit dieser Lebensgeschichte wieder auch in das KZ Dachau ja auch zurückkehren muss. Also wie wichtig war es, eine deutsche Koproduktion jetzt an der Stelle einfach zu haben, was hat das ermöglicht für den Film und für diese unglaubliche Geschichte des Überlebenswillens von Lucy? La domanda della coproduktrice tedesca era anche perché comunque il film e il campo di concentramento di Dachau ha un ruolo, quindi per voi era importante di avere questo sostegno tedesco anche per la storia di Lucy? Sì, era fondamentale perché Lucy era già stata a Dachau precedentemente altre due o tre volte. Si fanno le celebrazioni ogni cinque anni. Ogni cinque anni fanno le celebrazioni, però erano dieci anni che non ci tornava più e volevamo, e lei sapeva che questa sarebbe stata l'ultima volta che sarebbe tornata qui, perché ormai è arrivata a un'età in cui sa che non ce la fa più, non riesce più a tanto stare fuori, si stanca molto facilmente, ha quasi cento anni d'altronde, e quindi per noi portarla lì un'ultima volta era quasi un, so che può sembrare brutto da dire, ma un regalo, nel senso perché lei voleva andare ancora, voleva tornarci un'altra volta. Forse per salutarlo per un'ultima volta, quel posto che a lei ha causato così tanta sofferenza, e devo dire che quando siamo tornati qui, siamo stati due giorni, abbiamo girato due giorni, il primo giorno siamo arrivati al campo, era totalmente spettrale, perché era una mattina con molta nebbia, e siamo entrati lì dentro e insomma abbiamo veramente visto un qualcosa di tremendo. Il giorno dopo, e abbiamo girato una parte. Però abbiamo girato e abbiamo detto, boh, forse è questa l'atmosfera che vogliamo dare, Cupa. Il giorno dopo siamo tornati, e c'era Lucy, e era una giornata splendida, bellissima, un sole bellissimo, come adesso, come oggi, uccellini, e sembrava di stare in un campo, diciamo, in un parco pubblico. E per la prima volta Lucy si aggirava lì e era serena. E quindi anche per lei è stato, secondo me, un addio, diciamo, a quel posto. Consapevole. Era consapevole più che serena, ecco. E secondo me lei ha detto, sono stata contenta di tornarci per l'ultima volta con voi in questo posto, e di averlo salutato un'ultima volta così, perché insomma era consapevole che non ci sarebbe più tornata, che non ci tornerà probabilmente, poi mai dire mai, magari fra cinque anni le prende la voglia e ci torna. Però appunto è stata per noi molto importante riportarla qui, lì, e tornare qui, a Monaco, dopo esserci stati l'ultima volta con lei. La prima europea del film, sembra chiudere il cerchio. Sì, per noi è stato anche fondamentale molto importante, che abbiamo fatto questa stessa in Dachau in Dachau. Da ci sono state alle 5 anni Gedenkfeiern. E' stato per noi è stato molto importante, l'ultima volta in Dachau in Dachau. Lucy ist jetzt fast 100 Jahre und sie hat das sehr, sehr bewusst auch erlebt, dass das sehr vermutlich das letzte Mal sein wird, dass sie da hinfahren wird. Und das war, und er sagt ja dann selbst, es ist komisch das so zu sagen, aber für uns war das irgendwie auch wie so ein Abschiedsgeschenk, das ihr zu ermöglichen. Und es war dann, wir waren zwei Tage, haben wir dort gedreht und es war total absurd, weil am ersten Tag war es eben total neblig und es war so eine ganz, ganz atmosphärische Situation. Und das war schrecklich. Und die haben dann gesagt, ja, das ist ja eigentlich auch so genau das, was wir eigentlich ausdrücken wollen. Und dann am zweiten Tag war es ein Tag wie heute. Da war die Sonne, da haben die Vögelchen gezwitschert und es war wirklich so ein Naturerlebnis. Und es war sehr, sehr schön, Lucy zu sehen, weil Lucy war auch wie so innerlich versöhnt, als hätte sie so bewusst das wirklich losgelassen. Und sie hat uns dann auch gesagt, sie war sehr, sehr froh, dass sie noch einmal dort war und das verabschieden konnte. Und für uns, wie gesagt, war es super wichtig, das zu sehen. Für uns ist jetzt auch wunderschön, dass wir den Film hier, dass wir wieder hierher kommen und den Film hier zur Europapremiere vorstellen. Das ist für uns so, als würde sich ein Kreis schließen. Haben Sie denn Fragen, meine Damen und Herren? Jetzt ist nämlich dann so langsam die letzte Chance gekommen. Das sind noch Fragen. Ihr seid natürlich alle wunderbare Vertreter, wie gesagt, des Independent Kinos. Und jetzt noch ein kurzer Blick vielleicht in die Zukunft. Beiden Filmen kann man übrigens natürlich mit so einem Gespräch nicht gerecht werden, aber man kann Lust darauf machen und ich sage gleich nochmal die Daten. Aber an was arbeitet ihr? Ihr weiter im Dokumentarfilm? Arbeitet ihr weiter zusammen? Voi ovviamente siete dei rappresentanti meravigliosi del Film Indipendente Italiano e adesso l'ultima domanda, ovviamente dobbiamo chiudere e non si può dare il giusto ai vostri film, è ovvio, però se ci volete dire a che cosa state lavorando in questo momento per il futuro. No, non sarà un documentario. Stiamo iniziando lo sviluppo con la nostra piccolissima società di produzione. Per il momento solo lo sviluppo perché non possiamo sostenere i costi di un film a difinzione da soli. Sarà un argomento che come al solito, come tutti i nostri film, sono accomunati dall'argomento della diversità. Anche questo sarà un argomento, una diversità, una diversità che ancora ha avuto poco, pochissimo spazio, poca rappresentazione, ma poi non posso dire più altro. Quanti del film? Und wie immer ist es jetzt erst mal gedacht, dass es kein Independent Film mehr werden muss, dass es ein bisschen kostenintensiver ist, aber bis dann auch immer ist, letztendlich wird es dann doch ein Independent Film. Ja, ich und Rosa stiamo lavorando an eine sceneggiatura, die wir schon geschrieben haben, zwei oder drei Jahre später. Das war der Film, das wir nicht gemacht haben, aber wir haben gemacht, weil die Schuld haben, weil die Schuld haben, die Schuld haben. Jetzt haben wir die Schuld haben, aber jetzt sind die Schuld haben, und jetzt wollen wir das Film machen, nach Giulia. Das Problem ist nicht nur zu finden, sondern zu finden, aber zu finden, dass wir ein Film machen, mit der Freiheit, dass wir uns gefallen haben. Es ist eine Geschichte, eine Femmininale. Non è che ci siamo messi d'accordo, facciamo storie che parlano di personaggi femminili Però evidentemente io sono attratto da personaggi femminili perché secondo me offrono la possibilità di indagare di più nell'intimità, nella psicologia del personaggio Forse perché da uomo mi incuriosisce di più saperne dell'universo femminile e per fortuna c'è Rosa che mi impedisce di scrivere cavolate sulle donne Wir schreiben jetzt wieder dran, weil nämlich die Rechte wieder frei geworden sind Die waren dann für drei Jahre bei der Produktionsfirma, die dann damals den Film nicht mehr machen wollte und jetzt konnten wir sie eben zurückerwerben Und jetzt aktuell ist es tatsächlich für uns, dass wir relativ einfach Produzenten finden würden, die mit uns zusammenarbeiten wollen Aber jetzt ist es für uns natürlich super, super schwierig, dass wir den richtigen Produzenten finden, der uns die Freiheiten lässt, die wir uns einfach behalten wollen Es geht wieder um eine Frauenfigur und es geht wieder um eine Frauenfigur und es ist jetzt nicht so, dass Rosa und ich uns abgesprochen hatten, dass wir immer nur Filme über Frauenfiguren machen werden Aber es ist tatsächlich so, dass mich Frauenfiguren mehr inspirieren, weil ich sie tiefenpsychologisch interessanter finde Und Gott sei Dank habe ich Rosa, die mich davor bewahrt, dass ich irgendwelchen Quatsch schreibe Ja, ich glaube, ich meine Frau, ich glaube, die Zeit in der Virtsamen hat Ich bin, wenn ich meine Frau im Ant neighborhoods Ich bin, ich bin jetzt da habe, die schwere, die Menschen, die mich gefühlt, die Menschen, die sich darst duMIere, die Menschen von Giulia, aber es ist eine schöne Herausforderung, also wir fortsetzen. Wir fortsetzen auch zusammen. Für mich ist es wieder das Gleiche wie bei Giulia, weil ich wieder total Angst davor zu schreiben und dann auch zu spielen. Aber das ist wahrscheinlich bei Schauspielern einfach so, oder zumindest bei den Allermeisten. Und es ist aber natürlich gleichzeitig auch irgendwie wie ein innerer Motor, der einen vorantreibt, denn wenn man diese Angst dann überwunden hat, dann ist man tatsächlich sehr, sehr frei in der Interpretation. Der Film ist tatsächlich noch weiblicher als es Giulia war und es ist eine wunderbare Herausforderung. Vielen, vielen Dank, kann ich an dieser Stelle jetzt nur sagen. Grazie a tutti voi di essere qui. Grazie a questi. Vielen Giulia und ein Hauch Leben. Heute Abend ein Hauch Leben zu sehen. Giulia am Sonntagmorgen wieder in der HFF1. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank an Ciro De Caro, Rosso Palasciano, Danieli Colocini, Matteo Botrugno. Grazie. Applaus Mmmm Vielen Dank.